Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich wieder eine super schöne Maltechnik für euch und zwar die Salztechnik. Dafür braucht ihr Aquarellpapier, klares Wasser zum Verdünnen der Farben und Auswaschen der Pinsel, eine Mischpalette oder einen alten Teller, Aquarell- oder Acrylfarben, Pinsel, am besten einen breiten und einen ganz feinen Salz und Malerkrepp. Mit dem Malerkrepp befestige ich das Papier auf der Unterlage, damit es sich durch das ganze Wasser nicht zu stark fällt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Falls ihr Fragen habt, stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.